Guten Abend meine Damen und Herren, herzlich willkommen zur Vorlesung. In den letzten beiden Sitzungen haben wir uns mit der griechischen Antike befasst. Wir haben die Staatsformendiskussion kennengelernt, insbesondere bei Platon und Aristoteles und deren Entwürfe bleiben natürlich wichtige Bezugspunkte auch für spätere Erörterungen. Und heute begeben wir uns in die römische Antike. Zunächst werden wir auch wieder ein bisschen römische Geschichte machen und dann den Schwerpunkt auf Cicero legen. Und das ist ganz interessant, denn anders als Platon und Aristoteles ist der nicht nur Zeuge wichtiger politischer Ereignisse mit höchstens vereinzelten und letztlich eher erfolglosen eigenen politischen Ambitionen, sondern Cicero ist wirklich über weite Strecken seines Lebens ein einflussreicher und aktiver Politiker, und zwar in der späten römischen Republik. Wir haben meist die Vorstellung, dass die römische Antike irgendwie nach der griechischen Antike liegt. Tatsächlich sind viele wichtige Ereignisse der frühen Geschichte Roms aber zeitgleich mit entsprechenden Entwicklungen im antiken Griechenland. Was lediglich stimmt, ist, dass die römische Vorherrschaft nach der griechischen Vorherrschaft kommt. Insbesondere haben die Römer irgendwann in Griechenland unterworfen und ihrem Imperium eingegliedert. Die Karte zeigt die größte Ausdehnung des römischen Reichs unter drei Jahren, 117 nach Christus. Sie sehen, es reicht nicht ganz so tief bis nach Asien hinein wie das Reich von Alexander. Da ist nicht das Kernland Persiens drin und auch nicht Ausläufer Indiens. Diese Gebiete konnte schon kurz nach Alexanders Tod das Seleukidenreich nicht mehr halten. Dafür erstreckt sich das römische Reich viel stärker in den Westen und in den Norden. Das gesamte Nordafrika und Spanien, im Wesentlichen hat man das von Kartago übernommen, liegt da drin. Kartago selbst liegt hier im heutigen Tunesien. Und dann kommt auch Gallien und sogar Britannien teilweise dazu. Das sind vor allen Dingen Eroberungen von Cäsar und seinen Nachfolgern. Klar, auch der Balkan, Makedonien, Griechenland gehören in das Reich. Diese Gebiete wurden den Makedoniern abgenommen. Ebenso Kleinasien, Syrien, Palästina. Ägypten kam erst später zu durch Octavian. Der Legende nach wird Rom 753 vor Christus durch Romulus gegründet. Der soll ein Kind des Gottes Mars sein, des Kriegsgottes und einer Vestalin, also einer Priesterin der Göttin Vesta. Und das Datum dieser mythischen Staatsgründung war sogar auf den Tag genau festgelegt, denn die Römer hatten teilweise einen Kalender, der von der Gründung der Stadt ausging. Und da dieser Kalender tagesgenau sein musste, mussten sie natürlich sich entscheiden, auf welchen Tag genau Rom gegründet wurde. Und das war der 21. April 753 vor Christus. Der Gründungsmythos reicht aber noch weiter zurück. Die Römer führen sich letztlich auf den aus Troja fliehenden Aeneas zurück. Der ist ein Sohn der Göttin Venus bzw. Aphrodite, also der Liebesgöttin, und des König Anchises, eines so schönen sterblichen Mannes, dass eine Göttin sich in ihn verlieben konnte. Und dann Aeneas Sohn Julus, der gründet in Italien zunächst die Stadt Alba Longa und sehr viel später gründet von dort aus dann sein Nachkomme Romulus Rom. Also das ist die ganze Vorgeschichte der Römer. Und dieser Mythos zeigt natürlich enge Verbindungen zwischen Römern und Griechen. Die Zugehörigkeit zum selben Kulturkreis wird ausdrücklich beschworen, und zwar von beiden Seiten. Die frühen Fassungen dieses römischen Ursprungsmythos, die finden Sie teilweise auch in griechischen Quellen. Also auf beiden Seiten haben Sie ein Bewusstsein und eine Bekräftigung dieses Bezugs. Die kulturellen Verbindungen sind insgesamt eng. Griechische und römische Götter sind ja fast eins zu eins ineinander übersetzbar. Außerdem leben in Süditalien und Sizilien viele Griechen. Das heißt Magna Greca lange Zeit. Auch Platon zum Beispiel war ja teilweise in Syrakus später etwa Archimedes. Freilich merkt man in diesem Ursprungsmythos, die Geschichte ist auch ein bisschen spannungsreich zwischen den beiden Völkern. Immerhin sind die Römer ja dem eigenen Verständnis nach Flüchtlinge des von Griechen vernichteten Troja. Noch deutlicher zeigt sich in diesem Mythos auch der Konflikt zwischen Rom und Kartago. Dieser Aeneas, der da flieht, hat auf seinen Irrfahrten, die fast wie die von Odysseus geartet sind, eine Liebesepisode mit der Kartagerkönigin Dido. Diese begeht dann Selbstmord, nachdem er sie verlassen hat. Das ist die Vorlage der Barockoper Dido und Aeneas von Henry Purcell. Und das ist eben eine mythologische Fassung dieser Feindschaft zwischen Rom und Kartago. Das Datum der tatsächlichen Stadtgründung Roms ist unklar. Frühe Siedlungen sind schon um 1000 vor Christus nachweisbar. Die Vereinigung zu einer Stadt mag in der Tat im 8. Jahrhundert stattgefunden haben. Manche sagen, vielleicht war es auch später erst gegen 600 vor Christus. Die Römer gehen wahrscheinlich aus verschiedenen Volksstämmen Italiens hervor, sind also wahrscheinlich keine Flüchtlinge aus Troja. Als Römer im engeren Sinne werden bald die Bewohner der Stadt Rom bezeichnet. Und das ist wichtig, das ist typisch für das römische Selbstverständnis. Auch später ist Rom nicht primär ein nationales Konzept, sondern ein politisches Konzept. Römer sind sie nicht so sehr aufgrund ethnischer Zugehörigkeit, sondern primär aufgrund staatlicher Zugehörigkeit. Dennoch oder gerade deshalb grenzen sich die Römer in der folgenden Zeit zunehmend gegen die umliegenden Volksstämme ab, von denen sie vermutlich abstammen. Im 5. und 4. Jahrhundert gibt es zunächst einmal Kriege mit benachbarten Völkern in Mittelitalien, vor allen Dingen mit Etruskern, Latinern, Volskern, Sabinern, Samniten, Umbraern. Die werden nach und nach besiegt und im Römischen Reich eingegliedert. Außerdem hat man Bedrohungen in Norditalien. Dort leben Kelten, insbesondere Gallier. Und noch 387 vor Christus plündern die Gallier von dort aus Rom. Erst im dritten Jahrhundert ist auch Norditalien dauerhaft unter römischer Herrschaft. Im dritten Jahrhundert gibt es außerdem Erfolge gegen die Griechen in Süditalien. Der griechische König und Feldherr Pyros erringt zwar zahlreiche Siege für die Griechen, aber mit so hohen Verlusten, dass letztlich der Erfolg bei Rom liegt. Da kommt eben das Wort Pyros-Sieg her. Und ungefähr ab 275 vor Christus hat Rom erst mal die Herrschaft über Italien. Die Staatsform war ursprünglich ein Königtum. Es gibt legendäre sieben Könige Roms. Das sind Romulus und seine direkten Nachfolger. Und angeblich ist dann 509 vor Christus der letzte dieser Könige vertrieben worden. Tarquinius, der ein grausamer Tyrann gewesen sein soll. Historiker vermuten, dass das Königtum vielleicht erst etwas später untergegangen ist, 475 vor Christus. Und dass möglicherweise nicht ein unerträglicher Tyrann der Grund war, sondern eine militärische Niederlage. Wie auch immer, um die Zeit allmählich ist Rom jetzt Republik. Und das ist erstaunlich früh. Das ist weitgehend zeitgleich zur Demokratie in Athen. Die Regierung liegt jetzt bei zwei Konsulen, die nur für ein Jahr gewählt werden. In schweren Krisenzeiten kann die Regierung auf einen einzelnen Diktator übertragen werden, aber dann nur für ein halbes Jahr und nur für diese begrenzte Krisenbewältigung. So ein Diktator ist also kein wirklicher Monarch, schon gar kein Tyrann. Das ist nur ein vorübergehender Oberbefehlshaber. Soll er jedenfalls sein. Allerdings ist die römische Republik auch keine echte Demokratie. Sie ist eher eine sehr komplizierte Mischung aus verschiedenen Staatsformen. Es gibt zahlreiche Gremien mit wechselseitigen Kontrollaufgaben. Es gibt ein kompliziertes Beamtensystem mit strengen Karrierewegen. Sie müssen erst mal Quästor werden, dann Edil, dann Prätor, dann Zensor. Bis hin zur Staatsspitze, da sind dann die Konsulen. Und dabei gibt es schon durchaus wichtige Anteile von freien Wahlen, aber das Ganze ist stark nach Herkunft und Besitz überformt. Insbesondere in der Versammlung, die unter anderem die beiden Konsulen wählt, haben Angehöriger adeliger und reicher Schichten überproportional hohes Stimmgewicht. Das ist eine heeresartige Generalversammlung, die Comitia Centuriata. Die Bürger sind in pseudomilitärische Wahlklassen eingeteilt, in Zenturien, in denen zunächst intern abgestimmt wird und dann gibt so eine Wahlklasse wieder als ganze ihre Stimme ab. Und dabei sind die Wahlklassen der höheren Schichten kleiner und zahlreicher als die Wahlklassen der niederen Schichten. Sodass erstens ein einzelner höherer Bürger in seiner Wahlklasse höheres Gewicht hat als ein ärmerer Bürger in seiner Wahlklasse. Und zweitens die höheren Bürger insgesamt in dieser Generalversammlung mehr Gewicht haben als die niederen Bürger insgesamt in dieser Generalversammlung. Auch in Rom gibt es natürlich Sklaven. Zeitweile bis zu zwei Drittel der Bevölkerung waren Sklaven. Die haben natürlich keine politischen Rechte. Und neben denen gibt es vor allen Dingen zwei Schichten, nämlich die Patrizia und die Plebeia. Und in der Folge gibt es andauernd Auseinandersetzungen zwischen den beiden. Die Patrizia, das sind die wenigen Familien des römischen Uradels. Die stellen zunächst einmal meistens die beiden Konsulen und die nominieren meistens auch den Senat. Dessen Mitglieder werden nicht frei gewählt, sondern nach gewissen Regeln und Üblichkeiten bestimmt. Zwar können rein rechtlich auch Plebeia Senatoren und Konsulen werden, das ist nicht verboten. Spätestens ab 367 vor Christus, vielleicht schon von Beginn an. Aber das ist schwierig schon aus finanziellen Gründen. Diese Ämter sind ohne Honorar, sind also erstmal mit Verdienstausfall verbunden, was die meisten Plebeia sich nicht leisten können. Und außerdem fordert gewählt zu werden meistens Bestechung. Ist also mit Kosten verbunden, welche die Plebeia meistens nicht aufbringen können. Der Senat ist offiziell nur Beratungsgremium ohne Entscheidungsgewalt. De facto ist der Einfluss aber erheblich. Die Empfehlungen und Zustimmungen des Senats sind letztlich bindend für die Politik. Deshalb ist er das zentrale Machtorgan der Römischen Republik. Die Plebeia sind zunächst einmal einfaches Volk. Bauern, Handwerker, später aber auch Händler und Grundbesitzer. Die organisieren sich in der Volksversammlung, in der Comitia Tributa. In der sitzen auch wirklich nur Plebeia, keine Patrizia. Die Volksversammlung wählt unter anderem Volkstribune. In variierender Anzahl, zwischen zwei und zehn waren das. Und die sind gedacht als Gegengewichte zu den Konsulen. Quasi Anwälte der Plebeia gegen die Patrizia. Die Plebeia streiken mehrmals, um sich Rechte zu erkämpfen. Sie ziehen angeblich komplett aus der Stadt aus und lassen die anderen da sitzen. Das soll dreimal in der Geschichte Roms passiert sein. Und dadurch erreichen sie zunehmend politische Rechte. Einmal die Einrichtung dieses Volkstribuns, das erstreiten sie sich, 494 vor Christus. Dann gab es mal eine große Gesetzesreform im Bereich Prozessrecht, Schuldrecht, Familienrecht, Erbrecht. Das waren die zwölf Tafelgesetze, 449 vor Christus. Und sie erreichen 287 vor Christus, dass die Volkstribune ein Vetorecht haben und dass die Gesetze der Volksversammlung verbindlich sind, auch für Patrizia. In der Antike hat man dieses sehr komplexe Modell gelegentlich wie folgt interpretiert. Man hat gesagt, das Konsulat ist eigentlich eine monarchische Einrichtung, der Senat ist der aristokratische Anteil und die Volksversammlung ist der demokratische Teil dieser Republik. Dem werden wir gleich begegnen. Cicero interpretiert das auch so. Das ist aber natürlich eine gewisse Vergröberung. Erinnern sich, die Konsulen sind keine echten Könige. Es sind zwei, die sind gewählt, die herrschen nur für kurze Zeit, die müssen vor eine feste Ämterfolge durchlaufen haben. Der Senat, ja, das ist keine echte Aristokratie. Er mag weitgehend adlig sein, aber nicht ausschließlich. Die Volksversammlung, ja, die ist recht demokratisch, aber die umfasst umgekehrt ja nicht alle, sondern nur Plebeia. Die besteht vor allem aus entwurzelten Proletariern, die oft aus wirtschaftlicher Not ihre Stimmen verkaufen. Die Volkstribune sind nicht selten gekauft von den höheren Schichten oder es sind sogar Adlige, die nicht den Konsulweg geschafft haben und jetzt einen alternativen politischen Karriereweg suchen. Rom expandiert ständig. Es kontrolliert jetzt inzwischen weitgehend Italien und bei dem Schritt über Italien hinaus gerät es direkt an den nächsten Widersacher, nämlich Carthago, das im Mittelmeerraum dominiert. Das kontrolliert Nordafrika, Südspanien, die Balearen, Sardinien, Korsika, Westsizilien. Dann brechen die punischen Kriege aus. Die betreffen die Vorherrschaft im Mittelmeerraum und dabei erfolgen die wesentlichen Vertragsverletzungen bzw. Kriegserklärungen eher durch das expandierende Rom, nicht durch das etablierte Carthago. Beim ersten Krieg geht es vor allen Dingen im Konflikt um Sizilien und Rom gewinnt diesen Konflikt. In der Folge fallen Sizilien, auch Sardinien und Korsika an Rom. Carthago baut dafür seine Macht in Spanien aus. Es kommt zum zweiten Krieg. Der ist jetzt ausgelöst durch Streitereien in Spanien und da zieht eben bekannterweise der Carthager Hannibal über die Alpen, um Rom von Norden aus anzugreifen. Es gibt zahlreiche Schlachten in Italien. Hannibal gewinnt fast alle, vor allen Dingen bei Cannae. Er kann sich aber nicht halten, weil er keine Bundesgenossen findet und keinen ausreichenden Nachschub hat. Und der Römer Scipio Africanus gewinnt schließlich in Nordafrika bei Sama. Und er stellt ein sehr strenges Friedensdiktat. Carthago verliert fast die ganze Flotte und wesentliche Machtgebiete. Dieses geschwächte Carthago wird dann zunehmend von seinem Nachbar Numidien überfallen und geplündert. Es wehrt sich schließlich dagegen ohne Absprache mit Rom und Rom nimmt das dann zum Anlass für den dritten Punischen Krieg. Insbesondere Cato, der Ältere, hat da gefordert, jetzt müsse Carthago völlig zerstört werden, obwohl Carthago eigentlich keine ernsthafte Bedrohung mehr ist. Aber es wird zerstört und zwar durch Scipio Emilianus. Das war ein Adoptivenkel von Scipio Africanus. Genauer der Adoptivsohn von dessen Sohn. Und diese Gestalt taucht bei Cicero auf in dessen Schriften. Carthago wird vernichtet, die wenigen Überlebenden werden versklavt. Damit herrscht Rom über weite Teile auch von Nordafrika und Spanien. Inzwischen hat es aber auch die Vorherrschaft in Griechenland. Der leibliche Vater von Scipio Emilianus hatte 168 vor Christus die Makedonia besiegt. Und Makedonien und Griechenland werden ebenfalls in diesem Jahr 146 vor Christus, wo Carthago vernichtet wird, römische Provinz. Nachfolgend werden dann auch die hellenischen Gebiete in Kleinasien, Syrien, Palästina erobert. Das ist wirklich das Ende jetzt der hellenistischen Reiche und das ist jetzt der Beginn des römischen Weltreichs. Im Wesentlichen fehlen jetzt nur noch Nordeuropa und Ägypten. Und die kommen später hinzu durch Cäsar beziehungsweise Octavian. Warum hat Rom so aggressiv expandiert? Nun, der Grund ist wohl vor allem das Interesse römischer Politiker, sich durch außenpolitische Erfolge und militärische Eroberungen innenpolitisches Ansehen zu verschaffen, beziehungsweise die auf ihnen übertragenen Ämter mit ihren sehr kurzen Laufzeiten zur schnellen Bereicherung zu nutzen. Diese rasch wechselnde Ämterfolge in Rom, vor allen Dingen die sehr schnelle Rotation im Konsulat, sind das ja nur ein Jahr, soll natürlich einer dauernden Machtanhäufung entgegenwirken. Sie schafft aber zugleich hohe Anreize für externe Eroberungen, weil ständig neue Machthaber sich beweisen wollen, ständig neue Konsulen sich bereichern wollen. Und warum klappt das, was ist der Grund für die großen Erfolge Roms bei diesen Abenteuern? Ja, vor allen Dingen die sehr gute militärische und administrative Organisation. Insbesondere betreibt Rom meist eine kluge Eingliederungspolitik, in dem es sich eben nicht primär als nationales Gebilde definiert, sondern eher als politische Struktur mit weitgehend offenem Zugang für neue Bevölkerungsteile. Unterdessen weicht jetzt aber innenpolitisch der klassische Gegensatz zwischen Patriziern und Plebeiern allmählich auf und er verschiebt sich zu einer anderen Differenz. Und das passiert wie folgt. Die Plebeier sind jetzt teilweise zu Wohlstand gekommen, vor allen Dingen wenn sie Händler oder Grundbesitzer waren und deshalb haben sie es vereinzelt geschafft in Staatsämter zu kommen, bis in den Senat, bis ins Konsulat. Und ihre Nachfahren sind dann zwar nicht Patrizier, das geht nicht. Patrizier sind nur die wenigen festen eingesessenen Familien, ungefähr zwölf Stück. Aber ihre Nachfahren gehören sehr wohl zum Adel. Nobilitas ist in Rom inzwischen nicht mehr dasselbe wie Patrizier. Adelig sind sie in Rom jetzt, wenn in ihrer Familie mal ein Konsul war. Und als solcher Adeliger, nicht nur als Patrizier, haben sie künftig und ihre Familie künftig bevorzugt Zugang zu Staatsämtern, vor allen Dingen wieder zu Senat und Konsulat. Sie haben in Rom also einen latenten, permanenten Zuwachs an Adel, eine sukzessive Etablierung neuer Familien. Freilich klappt das nur, wenn ihre Familie reich genug ist, um sich das leisten zu können und es besteht typischerweise auch gegen den Widerstand der bestehenden adeligen Familien, die die Ämter natürlich lieber unter sich ausmachen. Dennoch gibt es zunehmende inpolitische Probleme und zwar gerade durch die militärischen Erfolge, gerade durch die außenpolitische Expansion. Die Kleinbauern verarmen zunehmend, weil sie mit großem Zeitaufwand an den Feldzügen teilnehmen müssen, aber nur sehr geringfügig an den Gewinnen beteiligt werden. Die Großgrundbesitzer werden beständig reicher, weil sie ausländisch eroberte Gebiete dazu gewinnen und außerdem Besitz von verarmten römischen Bauern aufkaufen können. Und dieses Ungleichgewicht verstärkt sich ständig. Die Kleinbauern sind der wirtschaftlichen Konkurrenz durch die Großgrundbesitzer mit ihren billigen Sklaven nicht gewachsen. Sie verlieren ihren Besitz und fliehen in die Stadt. Da finden sie aber auch keine Arbeit, weil sie auch dort nicht gegen die kostenlosen Sklavenarbeit konkurrieren können. Diese Spannungen nehmen immer mehr zu und münden dann schließlich in die römischen Bürgerkriege. Wichtiges Ereignis 133 vor Christus versucht der Volkstribun Tiberius Gracchus eine Landreform durchzusetzen. Der ist selbst Adliger, der ist ein leiblicher Enkel von Scipio Africanus. Er will ein entsprechendes Gesetz durch die Volksversammlung verabschieden, ohne es vorher wie üblich dem Senat vorzulegen und dessen Zustimmung abzuwarten. Der Senat bewegt daher den anderen Volkstribun dazu, das Gesetz durch sein Veto zu stoppen und daraufhin lässt Gracchus diesen Widersacher direkt durch die Volksversammlung absetzen. Und das war ein Verfassungsbruch. Ein Volkstribun konnte nur gewählt, nicht aber während seiner Amtszeit abgesetzt werden. Und Gracchus begeht in der Folge weitere Verfassungsbrüche. Er lässt Gelder durch die Volksversammlung beschlagnahmen, über die der Senat verfügt. Er lässt sich selbst für eine zweite Amtszeit zum Volkstribun wählen, obwohl eine Verlängerung gar nicht erlaubt ist. Und die Gegner werden jetzt sehr misstrauisch und werfen ihm vor, er wolle sich zum Tyrannen aufschwingen. Diese Gegner stürmen irgendwann die Volksversammlung und ermorden ihn und 300 seiner Anhänger. Zehn Jahre später greift sein Bruder Gaius Gracchus diese Reformpläne wieder auf. Der ist auch Volkstribun, aber der wird auch getötet. Das Ganze ist ein einschneidendes Erlebnis, das erschüttert die römische Republik nachhaltig. Erstmals haben die wirklich eklatante Verfassungsbrüche und eine eskalierende Gewalt im Staat. Und diese Politik der Grachen und ihrer Gegner gilt als Beginn der römischen Bürgerkriege. Und wir haben jetzt eine wirklich eine Spaltung der römischen Republik in zwei unversöhnliche Parteien. Die Optimaten sind Anhänger einer Politik der Senatsmehrheit. Das sind, sagen wir, die Konservativen, teilweise auch einfach die Lobby des reichen Besitzbürgertums. Und die Popularen sind Anhänger von Plebisziten der Volksversammlung. Das sind eher Reformer, teilweise auch einfach Demagogen aus eigenem Machtinteresse. Hinzu kommt die wachsende Macht erfolgreicher Heerführer mit loyalen Armeen in ihrem Rücken. Die betraten jetzt zunehmend Politik an der Verfassung vorbei. Die gehören teilweise zwar offiziell der einen oder anderen Partei an, aber sie machen vorrangig Politik im Interesse des Militärs. Die Jahre 107 bis 1982 sind geprägt durch den Kampf zwischen Marius und Sulla. Beides Feldherren, die hatten teilweise auch zusammengekämpft. Marius steht auf Seite der Popularen, der Volksversammlung. Sulla steht auf Seite der Optimaten, des Senats. Und die bekämpfen sich sehr blutig und auch sehr chaotisch. Marius lässt sich als erster Römer mehrmals hintereinander zum Konsul wählen. Er versucht eine Heeres- und Agrarreform. Er ersetzt das Bürgerheer durch ein Berufsheer. Er führt Landanspruch für Veteranen ein. Auch Sulla wird später zum Konsul gewählt. Der marschiert später aber auch als erster Römer mit römischen Truppen in Rom ein. Das hatte man vorher auch noch nicht. Sulla herrscht zeitweilig als Diktator. Er führt erstmals systematische Verfolgungen politischer Gegner durch, sogenannte Proskriptionen. Allerdings errichtet er auch noch mal die alte Senatsordnung und tritt danach zurück. Deshalb kommt Sulla häufig sehr gut weg in der römischen Geschichtsschreibung. Der hat noch mal das alte System bewahrt und ist dann zurückgetreten. Der Zustand bleibt aber brüchig. Nachfolgende Politiker stützen sich kaum noch auf die eigentlichen politischen Organe, also Senat oder Volksversammlung, sondern fast ausschließlich auf ihre jeweilige Heeresklientel. Das heißt auf ihre Legionäre oder Veteranen. Die zu versorgen ist ihr zentrales Ziel und auf deren Treue stützen sie ihre jeweilige Macht. Und das heißt im Ausland erfolgreiche Heerführer werden zunehmend zur Bedrohung für Rom selbst. Die Jahre 60 bis 44 stehen im Zeichen der Machtbestrebungen von Crassus, Pompejus und Cäsar. Die bilden zwischenzeitlich das erste Triumvirat, das heißt eine Dreierherrschaft gegen den Senat, zunächst heimlich, aber dann auch offen. Die haben verschiedene zentrale Ämter inne, die sind auch schon mal Konsul, die sind sogar schon mal oberster Priester und bilden damit ein so gut wie unbesiegbares Machttrio. Das versuchen sie auch durch Verheiratungen zu besiegeln. Pompejus heiratet Cäsars Tochter, die stirbt aber nach wenigen Jahren und die Ehe hilft auch nicht gegen die wachsende Gegnerschaft, die entzweilen sich bald. Cäsar ist 59 Konsul und danach wird er wie üblich Stadthalter einer Provinz. Und diese Provinz, die er bekommt, ist Norditalien und Südgalien. Und von dort erobert er eben ganz Galien. Oder fast ganz Galien, wie wir heute wissen. Und dadurch wird er sehr reich, er befehligt eine gewaltige Armee und ist damit der größte Militärmachthaber Roms. Crassus ist inzwischen gefallen. Pompejus sitzt als alleiniger Konsul in Rom. Und der Senat fordert den inzwischen als Gefahr wahrgenommenen Cäsar ultimativ auf, bitteschön als Privatmann nach Rom zurückzukehren. Cäsar kehrt aber mit Truppen zurück. Er überschreitet mit seinen Soldaten 49 den Rubikon. Das ist der Grenzfluss, der das militärfreie Rom gegen die Nordprovinzen abgrenzt. Und damit erklärt er der Republik Rom den Krieg. Angeblich mit dem berühmten Ausspruch Alea Iacta Est. Den hat er allerdings nicht auf Lateinisch, sondern auf Griechisch gesagt. Ist nämlich ein Zitat seines griechischen Lieblingsdichters gewesen. Und das sollte man auch nicht übersetzen mit der Würfel ist gefallen. Im Sinne, die Entscheidung über den Rubikon zu gehen, ist getroffen, etwa durch Münze werfen. Sondern gemeint ist eher, der Würfel sei geworfen. Im Sinne von in dem ich jetzt über den Rubikon gehe, fordere ich das Schicksal heraus und wir werden sehen, was aus diesem Wagnis entsteht. So war das gemeint. Pompejus bekommt jetzt von dem Senat den Auftrag, die Stadt Rom zu verteidigen. Aber er räumt die Stadt. Und erst ein Jahr später kommt es zur Entscheidungsschlacht in Griechenland. Da wird Pompejus von Cäsar geschlagen und kurz darauf in Ägypten ermordet. Und jetzt sind Crassus und Pompejus tot und Cäsar wird Alleinherrscher, Imperator, Diktator auf Lebenszeit. Zwischendurch auch noch mehrfach Konsul. Das Amt nimmt er auch noch gelegentlich mit. Er ist aber trotz dieser Machtfülle in ständiger Gefahr. Und das weiß er auch. Er lehnt die Königskrone ab. Das wäre eine offene Provokation gewesen. Aber sonst rafft er die Macht an sich, um die eigene Position zu sichern. Und das geht nicht lange gut. 44 vor Christus wird er von Anhängern des Senats ermordet. Geführt von Cassius und Brutus. Die beiden hatten gehofft, das Volk würde den Mord an Cäsar begrüßen. Als Akt der Befreiung. Aber das passiert nicht. Das heißt, der Senat kann die Macht nicht halten. Die Macht bleibt bei Personen mit großem Militärpotenzial. Und das sind Cäsars frühere Gefolgsleute. Die Jahre 44 bis 31 stehen im Zeichen der beiden Cäsar-Feldherren Lepidus und Marc Anton, sowie von Cäsars Großneffen, Adoptivsohn und Haupterben Octavian. Die bekämpfen sich anfangs, dann bilden sie das zweite Triumvirat. Sie beseitigen politische Gegner. Sie besetzen frei werdende Ämter mit ihren Gefolgsleuten. Sie schlagen die Truppen des Senats, das heißt von Cassius und Brutus, die daraufhin Selbstmord begehen. Und die teilen das Reich auf. Octavian herrscht über den Westen, wo er brutale Enteignungen zugunsten von heimkehrenden Veteranen vornimmt. Marc Anton herrscht über den Osten, wo er die berühmte Liebschaft mit Kleopatra beginnt. Die beiden sind auch wieder verschwägert miteinander. Octavian ist zeitweise verheiratet mit der Stieftochter von Marc Anton. Und Marc Anton ist zeitweise verheiratet mit der Schwester von Octavian. Das geht aber auch nicht lange gut. Octavian ist der jüngste und eigentlich unerfahrenste. Außerdem ist er bei den Römern eigentlich verhasst wegen dieser Landenteignungen. Aber er dominiert bald. Er schafft es zunächst einmal Lepidus kalt zu stellen, dessen Truppen laufen einfach zu ihm über. Und dann schafft er es auch in Rom, Stimmung gegen Marc Anton zu machen. Der ist ja fern in Ägypten und dessen Verbindung mit Kleopatra wird zunehmend als Verrat an Rom wahrgenommen. Und so schafft Octavian es, dass sein eigentlich innenpolitischer Kampf gegen seinen Gegner Marc Anton bald zu einem außenpolitischen Krieg gegen Ägypten wird. Und den gewinnt er. 31 besiegt Octavian Marc Anton und Kleopatra. Er nimmt Alexandria ein. Ägypten wird jetzt römische Provinz. Erst jetzt. Marc Anton und Kleopatra begehen Selbstmord. Octavian lässt auch den unehelichen Sohn von Cäsar und Kleopatra ermorden, um keinen Konkurrenten in seinem Machtanspruch zu haben. Und damit ist er unangefochtene Alleinherrscher. Er erhält vom Senat den Ehrennamen Augustus, das heißt der Erhabene. Und 31 vor Christus gilt eben als Ende des Bürgerkriegs, aber auch als Ende der Republik. Als Beginn der Kaiserzeit, also als Beginn einer Monarchie. Auch Augustus strebt zwar offiziell nie die Königswürde an. Er legt offiziell alle Macht in die Hände des Senats. Tatsächlich aber lässt er sich alle relevanten Machtpositionen übertragen. Insbesondere behält er den militärischen Oberbefehl. Das heißt, er monopolisiert genau die Machtposition, die durch ihre Verteilung auf verschiedene Befehlshaber zu diesen entlosen Bürgerkriegen geführt hatte. Die Republik ist jetzt nur noch eine formale Hülle. De facto ist Augustus Octavian durch gezielte Bündelung republikanischer Ämter Monarch. Es ist interessant, ähnlich wie die griechische Demokratie mit Alexander untergeht und in eine reine Monarchie übergeht, endet die römische Republik mit Augustus in einer Monarchie. Da gibt es auch gar nicht viel Widerstand. Die Römer sind zermürbt durch die Bürgerkriege, die sehnen sich nach Frieden. Und in der Tat, es folgt jetzt auch eine längere Zeit inneren Friedens und auch äußerer Erfolge. Augustus lebt bis 14 nach Christus. Der herrscht also über 40 Jahre. Das Imperium wächst, insbesondere in Mitteleuropa. Einige deutsche Städte werden in dieser Zeit gegründet. Trier, Wiesbaden, Koblenz, Augsburg, das heißt Augustusburg. Auch unter seinen Nachfolgern setzt sich das zunächst fort. Der Wohlstand nimmt zu, das römische Reich expandiert. Um 117 nach Christus unter Trajan hat es dann seine größte Ausdehnung, die wir vorhin gesehen haben. Und die Bedeutung ist bis heute spürbar. Unser Wort Kaiser leitet sich natürlich von Cäsar ab. Die römischen Kaiser führten Cäsar in ihrem Namen, um ihre Herrschaft auf Cäsar zu gründen. Der Monat Juli ist nach Julius Cäsar benannt. Der Monat August nach Augustus. Wenn wir uns das also insgesamt anschauen, in Rom ist zunächst bestimmen für das politische System die klassische Opposition von Patrizien und Plebeian, beziehungsweise von Adligen und Nicht-Adligen. Die Republik definiert sich hierdurch und die Gremien bilden diese Machtverhältnisse und Interessen ab und balancieren sie aus. Das ist eine recht dauerhafte Konstellation. Insgesamt ist damit die Politik einigermaßen berechenbar. Die Entwicklungen ziehen sich meistens über längere Zeiträume. Aber dann wird diese Konstellation brüchig und abgelöst durch den Konflikt zwischen Republik und Militär. Und insbesondere die eher aristokratischen Strukturen der alten Republik, also Senat und Konsulat, die geraten mit den mächtigen Feldherren in Konflikt. Auch wenn die Militärs sich teilweise dieser alten Machtstrukturen bedienen. Die sind teilweise selbst Senatoren oder Konsulen. Und diese Auseinandersetzung wird zunehmend chaotisch. Es kommt zu sehr kurzzeitigen Zweckbündnissen, zu schnellen Seitenwechseln, bis das Ganze kollabiert ins Kaiserreich. Und Cicero gerät in diese Machtkämpfe. Das werden wir gleich noch genauer behandeln. Zunächst einmal vergegenwärtigen wir uns nochmal das Verhältnis Rom und Griechenland. Klar, die Römer haben die Griechen militärisch erobert. Aber der Einfluss der griechischen Kultur auf die Römer ist, wie erwähnt, stark. Teilweise haben sie Gedanken, Geschichten, Mythen und Götter übernommen. Teilweise hat sich das wohl auch parallel entwickelt. Griechische Literatur und Geschichtsschreibung wird rezipiert. Gebildete Römer sind oft zweisprachig. Die schreiben nicht selten auf Griechisch. Die griechische Philosophie gelangt allerdings spät nach Rom. Die Römer sind philosophisch nicht sehr interessiert. Sie sind insgesamt, sagen wir, zu praktisch, zu realitätsbezogen, zu lebensnah ausgerichtet, um sich für allzu theoretische, abstrakte, grundlegende Gedanken der Griechen zu erwärmen. Teilweise sind sie sogar eher misstrauisch, ein bisschen feindselig, weil sie fürchten, dass diese Offenheit des griechischen Denkens, wo man ja alles in Frage stellen kann, die Stabilität der römischen Sitten untergraben können. Rom bringt auch lange Zeit keine eigenen Philosophen hervor und wenn, dann sind sie nicht sehr originell, verglichen mit den Griechen. Die sind eher rezeptiv, strukturierend, reflektierend, sortierend als eigenständig weiterdenkend oder gar ganz neu ansetzend. Philosophie bleibt für Römer letztlich Griechensache. Als gebildeter Römer nimmt man sie wahr, man lässt seine Kinder darin unterrichten, vielleicht ergänzt oder modifiziert man sie auch ein bisschen, aber Philosophie bleibt ihrem Wesen nach immer was Griechisches und sie wird meistens auch auf Griechisch betrieben. Man taucht nicht völlig in sie ein, man wird nicht reiner Philosoph, das wäre Identitätsverlust. Als Römer ist man kein Mann der Theorie, als Römer ist man Mann der Praxis, insbesondere im Dienst am Staat und man bemisst die Philosophie an ihrem Nutzen für die Praxis, insbesondere für den Staat. Griechische Philosophie fasst in Rom Fuß erst so ab dem zweiten Jahrhundert, insbesondere durch den Einfluss einiger Exilgriechen, die in Rom wirken, teilweise als Sklaven, teilweise als Freie. Am nachhaltigsten wohl Panaizius von Rhodos, der lebte zeitweilig in Rom, der gehörte unter anderem zum Bekanntenkreis von Scipio Emilianus, die kannten sich, der war ein Stoiker und insbesondere die Philosophie der Stoire, die fanden die Römer recht attraktiv. Und die Stoire, ganz grob umrissen, hat zwei wesentliche Grundkonzepte. Erstens, sie vertritt den Grundgedanken eines Lebens in Übereinstimmung mit der Natur. Sie haben die Vorstellung einer umfassenden natürlichen Ordnung, in der auch der Mensch seinen Platz hat, so dass er seine Bestimmung dadurch finden kann, dass er der Natur folgt. Das ist nicht im biologisch-ökologischen Sinne gemeint, das sind keine Grünen, aber es ist der Gedanke einer umfassenden kosmischen Ordnung, in welche der Mensch eingebunden ist und deren Prinzipien erfolgen muss, wenn er sich nicht selbst verfehlen will. Das ist das eine. Und zweitens, und hiermit zusammenhängend, vertritt die Stoire ein bestimmtes Charakterideal. Es geht bei ihr um Überwindung der Leidenschaften, um Apathia, Leidenschaftslosigkeit. Um Selbstgenügsamkeit durch Tugend, das ist die Autarkia. Um Ausbildung von Unerschütterlichkeit, Ataraxia. Und zwar eben durch Orientierung an der Natur, durch Bewusstsein der eigenen Einbettung, durch Fügung in eine höhere Sinnordnung. Zentraler Begriff ist die Eukaiosis, das heißt Zueignung, sich zu eigen machen dieser kosmischen Ordnung. Von den vier Temperamenten entspricht ihm am ehesten der Phlegmatiker, der unbeirrt ist durch Wendung des äußeren Schicksals, der einen festen Halt hat in der eigenen Tugendhaftigkeit, der ein unerschütterliches Bewusstsein hat der eigenen Bestimmung und selbst im größten äußeren Unglück noch Fähigkeit zur völligen inneren Ruhe hat, weil er weiß, es geht ja gar nicht um die äußeren Erfolge, sondern um innere Vollendung durch Orientierung an der Natur. Eben Stoisch, den Begriff kennen wir ja auch. Und dieses Toir wirkt auf Römer meistens sehr anziehend. Sie hat zwar bei den Griechen natürlich einen gewissen theoretischen, sogar sehr spekulativen Hintergrund, da ist eben diese Vorstellung einer allumfassenden kosmischen Ordnung, aber von hier aus gibt dies Toir eine für die Römer ganz nachvollziehbare Antwort auf die praktische und sogar höchstpolitische Frage, wie man leben soll. Für die römische Geisteshaltung ist diese Antwort sehr überzeugend, man soll eben unbeirrt sein, beherrscht, enthaltsam, diszipliniert, selbstlos, aufopferungsbereit. Und das passt zu römischen Idealen. Das heißt, die Einfügung in die Ordnung der Natur lässt sich vereinen mit dem Dienst am Staat und dessen Ordnung und die bekanntesten Philosophen des Toir sind dann ja auch letztlich Römer. Seneca, Marc Aurel und eben auch Cicero. Cicero ist vielleicht der erste echte Philosoph Roms. Der ist stark beeindruckt von der griechischen Philosophie, der übersetzt griechische Begriffe ins Lateinische, entwickelt das erste ein philosophisches Latein, also der schreibt auch wirklich Latein, Marc Aurel schreibt griechisch, aber Cicero schreibt Latein. Auch er ist kein übermäßig origineller Denker, sondern eher ein aufmerksamer Rezipient griechischen Denkens aus römischer Perspektive. Er ist namentlich von der Stoar beeinflusst, insbesondere in seiner Ethik und Politik. Man kann auch Cicero eben zur Stoar rechnen. Er hat auch ein bisschen von der Skepsis gelernt, vor allen Dingen in der Erkenntnistheorie, er teilt eine gewisse Zurückhaltung gegenüber festgefügten Lehrmeinungen. Klar, Cicero kennt auch die Klassiker Platon Aristoteles, die hinterlassen in seiner Philosophie deutliche Spuren, formal und inhaltlich, gerade auch in seiner politischen Philosophie, die bei ihm auch wirklich den Schwerpunkt bildet. Außerdem war Cicero aber selbst hochgradig politisch aktiv und ganz im römischen Geiste sah er diese, seine politische Aktivität als seinen wichtigsten Lebensbestandteil an, nicht seine theoretische Aktivität als philosophischer Denker. Dieses theoretische Denken steht bei ihm ganz im Dienste des politischen Wirkens. In dieser Verbindung von Philosophie und Staatskunst liegt für ihn das erfüllte Leben, der wahre Gipfel des menschlichen Geistes. Und wenn man vor der Wahl stünde, dann wäre das praktische Dasein des Staatsmanns, dem theoretischen Leben des Philosophen definitiv vorzuziehen. Das ist ja die klassische Frage bei Aristoteles, welche der beiden Lebensformen ist die höher stehende. Bei Aristoteles ist das so ein bisschen Interpretationssache, vielleicht sogar leichte Tendenz zum theoretischen Leben, bei Cicero eindeutig das praktische Leben. Das ist eine römische Büste aus dem ersten Jahrhundert vor Christus, könnte noch zu Lebzeiten entstanden sein. Andere Abbildungen sind recht ähnlich, deshalb ist möglicherweise dieses Porträt recht zuverlässig. Eigentlich heißt er Marcus Tullius. Cicero ist ein Beiname, den seine Familie schon seit einiger Zeit trug und Cicero heißt tatsächlich Kichererbse. Und den Nermen hatte die Familie eventuell wegen Erbsenanbau in der Gegend, aus der er stammte. Das ist im Lateinischen nicht ganz so lächerlich wie im Deutschen, weil das lateinische Cicero nichts mit Kichern zu tun hat. Dennoch legte man Cicero zu Beginn seiner politischen Karriere nahe, dass er diesen Beinamen besser ablegen solle. Hat aber nicht gemacht, dazu hat er sich bekannt. Er ist geboren 106 vor Christus in Arpinum, einer kleinen Stadt in Latium, so 100 Kilometer östlich von Rom. Er gehörte schon zur lokalen Oberschicht. Insbesondere hatten die Bewohner von Arpinum seit ungefähr 80 Jahren römische Bürgerrechte. Aber er gehört eben damit nicht zur Adelsschicht von Rom. Er gehört zu einer Kleinstadtoberschicht. Seine Familie geht aber als ein kleiner Junge ist nach Rom und sie hat gewisse Verbindung zur Aristokratie und deshalb gibt es eine gute Ausbildung für ihn und auch seinen jüngeren Bruder. Diese Ausbildung umfasst insbesondere Recht, Rhetorik, Literatur und Philosophie. Philosophie lernt er teilweise aus erster Hand von Exilgriechen, so lernt er die Stoie und die Skepsis kennen und er gilt schon als Schüler als hochbegabt, er ist schon als Schüler bekannt. Er leistet seinen Militärdienst und danach beginnt er eine Karriere als Anwalt. Vor allen Dingen in Strafprozessen ist er tätig und er wird sehr berühmt, als er in einem Mordprozess nicht nur den Angeklagten erfolgreich verteidigt, sondern zudem die Ankläger des Mordes überführt. Meisterleistung. Dann geht er für zwei, drei Jahre auf eine Studienreise nach Griechenland und Kleinasien. Er trifft auf Rhodos, den berühmtesten lebenden Stoiker Poseidonos, einen Schüler von Panaetius. In Athen hört er Philosophen der platonischen Akademie, wo inzwischen die Skepsis dominiert. Also auch die beiden Strömungen lernt er dann auf seiner Studienreise auch wieder aus erster Hand kennen. 77 kehrt er dann zurück nach Rom, er setzt seine Anwaltskarriere fort, startet aber auch zugleich seine politische Karriere und er ist bald der berühmteste Redner Rums. Er durchläuft zügig die vorgeschriebene Ämterkarriere, jeweils im Mindestalter. Er ist aber eben ein Homonovus, so heißt das, ein Emporkömmling. Er gehört selber nicht zum römischen Adel, weil es in seiner Familie noch keine Konsulen gab. Und deshalb wird er von den etablierten Familien eher zurückhaltend betrachtet. Er gehört auch nie so richtig dazu. Er entwickelt aber selbst eine hohe Loyalität gegenüber dieser römischen Aristokratie mit ihren Machtstrukturen, insbesondere dem Senat und dem Konsulat. Er ist sehr stolz auf seinen eigenen Aufstieg in diesen Strukturen und er steht fest auf der konservativen Seite der Optimaten, die also für Senat und Konsulat sind. Und der Höhepunkt seiner Karriere ist dann 63 vor Christus, da wird er selber Konsul. In der üblichen Weise, also er ist einer von zweien und er ist es nur für ein Jahr. Und in seine Amtszeit fällt die berühmte Verschwörung des Katilina und die schlägt er erfolgreich nieder. Dieser Katilina war ein Senator, der auch gerne Konsul werden wollte. Er hatte zunächst gegen Cicero und dessen Mitkonsul kandidiert, war aber da unterlegen. Und auch während Ciceros Amtszeit scheitert er bei seiner Kandidatur für das nächste Jahr. Und daraufhin beginnt er mit Putschvorbereitungen. Er will, dass loyale Truppen Rom einnehmen und missliebige Optimaten im Senat sollen ermordet werden. Und Cicero erfährt davon und er handelt sehr entschlossen und erfolgreich. Er schafft es, dass der Notstand ausgerufen wird. Er beschafft Beweise für die Verschwörung. Die Verschwörer in Rom werden verhaftet und auf Ciceros Betreiben zügig hingerichtet. Katilina selbst fällt bei einer Schlacht seiner Truppen gegen Konsulatstruppen in Norditalien. Dann ist der Spuk vorbei, aber die Krise war nicht unerheblich. Wenn das geklappt hätte, wäre es wahrscheinlich ein kompletter Umsturz der Republik gewesen. Entsprechend ist Cicero sehr stolz auf seinen Erfolg und er genießt sehr hohes ansehen in Rom. Er hält den Ehrentitel Pater Patrie, also Vater des Vaterlandes. Aber so ein Konsulat dauert eben nur ein Jahr und danach ist er wieder normaler Senator. Und jetzt kommt die Zeit, wo allmählich Cäsar in Rom aktiv wird. Der beginnt ja um 60 vor Christus seine Macht auszubauen und Cäsar versucht Cicero in sein Bündnis mit Crassus und Pompejus zu bringen. Wenn er das geschafft hätte, wäre das ein großer Erfolg für Cäsar gewesen, den überzeugten Republikaner Cicero auf seiner Seite zu haben. Aber wie zu erwarten sagt Cicero, nein danke. Und dadurch bekommt Cicero durchaus zunehmende Probleme. Seine Feinde erlassen 58 vor Christus ein Gesetz, demzufolge jemand, der den Tod eines römischen Bürgers ohne ordentliche Gerichtsverhandlung bewirkt, verbannt wird. Genau das hatte Cicero aber gemacht. Die Verschwörer um Kathelina waren auf sein Betreiben hin ohne Gerichtsverhandlung während des Ausnahmezustandes hingerichtet worden. Und deshalb konnte dieses Gesetz jetzt gegen ihn angewandt werden. Nachträgliche Gesetzesanwendung war damals noch kein Problem. Und so muss er ins Exil, er geht nach Griechenland. In seiner Abwesenheit wird er enteignet, sein Haus wird niedergebrannt und geplündert. Ein Jahr später wird er mit Unterstützung von Pompejus und auf Beschluss der Volksversammlung vom Senat aus Griechenland zurückgerufen und feiert eine triumphale Heimkehr. Er hat allerdings keinen großen politischen Einfluss mehr. Das ist jetzt die Zeit des ersten Triumvirats von Crassus, Pompejus und Cäsar. Und Cicero kann dann nicht viel machen und er widmet sich zunehmend schriftstellerischer Tätigkeit. Seine zentrale politische Schrift Deri Publica über den Staat entsteht in dieser Zeit 51 vor Christus veröffentlicht. Wahrscheinlich hat er in der Zeit auch wesentliche Teile von Delegibus geschrieben über die Gesetze. Das hat er gar nicht zu Lebzeiten veröffentlicht. Und er selbst stellt das so dar, dass er jetzt nach dem Ende seiner politischen Karriere die Muße hat, um sich der philosophischen Arbeit zu widmen. Aber das ist nicht ohne Bedauern. Sie spüren da einen leicht resignativen Ton. Eben diese Muße hat er eigentlich nie gewollt. Eigentlich erscheint ihm nur die aktive Staatslenkung als erfüllte Lebensweise. Manche Mut maßen auch, ob er sich vielleicht davon versprochen hat, dass diese Schriften reale politische Wirkung entfalten könnten. Er selbst ist aus der aktiven Politik verdrängt und wollte jetzt vielleicht durch seine Schriften wirken. Er wird dann noch einmal ein Jahr Stadthalter in Kleinasien. Das ist das übliche Amt eines Ex-Konsuls. In seinem Fall ist es aber eine mehr oder weniger eindeutige Abschiebung. Insgesamt aber recht friedlich, eine kleine Militärexpedition, sonst nichts. Er kehrt dann 50 vor Christus nach Rom zurück und da läuft inzwischen jetzt der Machtkampf zwischen Pompejus und Cäsar. Und Cicero schätzt Cäsar grundsätzlich und er möchte eigentlich in dessen Konflikt mit dem Senat vermitteln. Aber der Senat erklärt Cäsar zum Staatsfeind, als dieser den Rubikon überschreitet. Und daraufhin stellt sich Cicero deutlich auf die Seite von Pompejus, der aber die Stadt bekanntlich räumt. Daraufhin verlässt Cicero kurzzeitig Italien. Cäsar begnadigt ihn aber 47 vor Christus, wie auch viele andere Pompejus-Anhänger. Und jetzt ist das Verhältnis etwas gespalten. Cicero bezeugt einen gewissen Respekt vor Cäsar, aber angesichts von dessen Alleinherrschaftsbestrebungen wird er mehr und mehr dessen innenpolitischer Gegner. Er bezeichnet Cäsar als Tyrannen. Er ist unter anderem mit Brutus befreundet, einem der späteren Mörder Cäsars. Er lobt dann auch Cäsars Ermordung, er ist selbst aber nicht beteiligt. Er ist nicht mal eingeweiht in die Verschwörung, wahrscheinlich wegen seiner niederrangigen Herkunft und es zeigt auch seine sinkende Bedeutung womöglich. Stattdessen schreibt er wieder. Und es ist auffällig, bisher hatte er vor allen Dingen politisch-ethische Schriften verfasst und jetzt folgen schwerpunktmäßig individual-ethische Schriften. Definibus bonorum et malorum, also über die Ziele des Guten und Bösen und de officies vom pflichtgemäßen Handeln. Und das zeigt wieder, wie vordringlich für Cicero die Politik gegenüber der Philosophie ist. Philosophie betreibt er fast nur in den Phasen, wo er politisch kaltgestellt ist. Und es könnte auch zeigen, dass er inzwischen politisch frustriert ist. Er schreibt jetzt keine politische Ethik mehr, sondern Individualethik. Jetzt wird Cäsar ja ermordet, 44 vor Christus und dann bricht die Zeit von Marc Anton und Octavian heran. Und hier profiliert Cicero sich noch einmal politisch und zwar, indem er Marc Anton heftig angreift. Er hält philippische Reden. Das waren Reden, die analog gebaut waren zu Reden des Atheners Demosthenes gegen Philipp II. von Makedonien. Der hatte auch Schmähreden gegen diesen Philipp gehalten. Das waren die philippischen Reden und er hält jetzt auch philippische Reden. Im Englischen kennt man noch Philippik, das ist eine Schmährede. Er greift also Marc Anton an und versucht demgegenüber den gerade mal 20-jährigen Octavian für die Sache des Senats zu gewinnen und ihn gegen Marc Anton stark zu machen. Er drängt den Senat, Octavian mit erheblichen Ämtern und Vollmachten auszustatten. Aber das klappt nicht. Octavian bleibt nicht auf der Seite des Senats, insbesondere als der Senat ihm nicht das Konsulat geben will, was er haben wollte. Octavian marschiert sogar gegen Rom und geht schließlich das zweite Triumvirat ein mit Marc Anton und Lepidus. Und die verfolgen politische Gegner sehr brutal. Und Cicero steht ganz oben auf der Todesliste von Marc Anton. Und Octavian willigt offenbar ein und sagt, hol ihn dir. Und so wird er 43 vor Christus auf der Flucht ermordet. Sein Leichnam wird verstümmelt und Hände werden ausgestellt. Auch sein jüngerer Bruder wird ermordet. Die Frau von Marc Anton sticht angeblich eine Nadel durch seine Zunge. Posthum hat Octavian dann Cicero rehabilitiert. Nach seinem Sieg über Marc Anton hat Octavian Cicero rehabilitiert. Er hat im Jahr 30 vor Christus sogar Ciceros Sohn zu seinem Mitkonsul gemacht. Wahrscheinlich als späte Wiedergutmachung für den Verrat an seinem Vater, den für das kurzzeitige Bündnis mit Marc Anton geopfert hatte. Das war jetzt wieder sehr viel historischer Hintergrund, aber das scheint mir hilfreich zu sein. Einmal, damit sie ein bisschen das politische Denken der damaligen Zeit verstehen, in was für Kategorien haben die gedacht. Und dann aber natürlich auch, um das politische Denken von Cicero besser nachvollziehen und einordnen zu können. Wie erwähnt, er ist stark von der griechischen Philosophie beeinflusst. Wie ebenfalls erwähnt, er gilt nicht als sehr origineller Denker, sondern eher als Vermittler zwischen griechischem Denken und römischer Lebensweise. Maßgeblich für ihn sind Stoa und Skepsis. Die hat er bereits als Schüler in Rom kennengelernt und dann auf seiner Bildungsreise nach Griechenland vertieft. Aber natürlich kennt er auch die Klassiker Platon und Aristoteles. Und die Einflüsse werden in seiner eigenen Philosophie sehr deutlich, namentlich in seiner politischen Philosophie. Zunächst fällt dabei eine starke Orientierung an Platon ins Auge. Schauen Sie, seine zwei politischen Hauptschriften, De Repubblica über den Staat und De Legibus über die Gesetze, sind ja schon im Titel Erkennbar Pendant zu der Politeia und den Nomai von Platon. Außerdem sind diese beiden Bücher wieder als Dialoge geschrieben, wie bei Platon. Überbewerten dürfen Sie diesen platonischen Einschlag allerdings nicht. Zunächst einmal, er zitiert natürlich hiermit Platons Titel, auch sicherlich bewusst, aber das kann man natürlich auch bewerten als Zeichen eines Neuentwurfs, nicht so sehr einer Fortschreibung. Das erinnert natürlich an Platons Werke, aber gerade das kann man natürlich auch dahingehend interpretieren, dass diese Texte nicht Nachahmungen sind, sondern eher römische Gegenstücke zu griechischen Entwürfen sein sollen. Vielleicht sogar ziemlich andere Gegenstücke. Und das mit den Dialogen, ja das war nicht auf Platon beschränkt. Dialoge haben auch andere Autoren geschrieben. Aristoteles zum Beispiel in den Schriften, die leider verloren sind. Von Aristoteles ungefähr die Hälfte der Schriften verloren. Das waren wohl Dialoge. Platon Schüler, Aristoteles Schüler haben Dialoge geschrieben. Und dabei ähneln auch Ciceros Dialoge in ihrem Charakter eigentlich nicht so sehr platonischen Dialogen, sondern eher Dialogen dieser anderen Autoren. Es gibt längere Prosa-Zwischenteile. Vor allem gibt es umfangreiche Vorreden zu den verschiedenen Abschnitten, in denen Cicero unverhüllt in Ich-Form spricht. Und es gibt auch keine dominierende Sokrates-Gestalt, keine überheblichen Sophisten, keine lernwilligen Schüler, sondern es finden eher gleichberechtigte Gespräche statt, in denen mehrere gebildete Teilnehmer längere wertvolle Beiträge leisten. Beide Schriften haben wir leider nur als Fragmente. Delegibus hat Cicero gar nicht fertig geschrieben und auch nicht veröffentlicht. Und De Repubblica, ja, das hat er zwar abgeschlossen und auch publiziert, aber die Schrift ist wohl schon in der christlichen Spätantike weitgehend in Vergessenheit geraten. Das offenbar einzige vollständige Exemplar wurde im Frühmittelalter im italienischen Kloster aufbewahrt, aber der Text wurde abgeschabt irgendwann, um das Pergament neu zu verwenden. Für einen Psalmenkommentar von Augustinus. Das war damals üblich, Papier war knapp und deshalb hat man das so gemacht. Das sind sogenannte Palimpseste. Und das Palimpsest, unter dem dann Cicero's Text war, das wurde 1820 erst wiederentdeckt in der Vatikanischen Bibliothek und dann hat man versucht, diesen Text weitestmöglich zu restaurieren. Man hat ihn zusammengefügt mit anderen Passagen, die aus anderen Quellen überliefert waren. Das Ergebnis ist aber immer noch sehr bruchstückhaft. Sehr bruchstückhaft. Die Hauptteile bestehen aus einem fiktiven Dialog, der an drei Tagen im Jahre 129 vor Christus spielt. Also vor Cicero's eigenen Lebzeiten, in der ersten Phase der römischen Bürgerkriege, kurz nach Tiberius Gracchus, kurz vor erneuten Unruhen durch seinen Bruder. Und der Dialog findet statt im Freundeskreis von Scipio Emilianus, dem Carthago-Zerstörer. Dessen Tod steht kurz bevor, im selben Jahr 129 vor Christus stirbt er, was ein Leser zu Cicero's Zeiten natürlich rückblickend wusste. Und auch Scipio selber ahnt es in dem Dialog. Er erzählt nämlich am Schluss, dass ihm vor circa 20 Jahren in Afrika sein Adoptivgroßvater Scipio Afrikanus im Traum erschienen sei. Und da habe er ihm einige historische Ereignisse prophezeit, die auch wirklich eingetreten sind, vor allem die gerade zurückliegenden Unruhen durch Tiberius Gracchus. Aber er prophezeit ihm auch seinen eigenen möglichen Tod im Jahre 129 vor Christus, also im Jahr dieses Gesprächs. Und deshalb hat dieser Dialog eine sehr traurig-schwermütige Stimmung, einen latenten Vermächtnischarakter. Da spricht also einer, der sagt, ich werde wahrscheinlich bald sterben. Diese Traumpassage, das Somnium Scipiones, das war bis zu diesem Fund des Palimpsests, der einzige längere überlieferte Abschnitt der Schrift. Der wurde nämlich separat tradiert und kommentiert, denn diese Passage gefiel auch im christlichen Mittelalter. Vor allen Dingen wird er ein ewiges Leben verheißen und eine unsterbliche Seele. Es gibt eine Aussicht auf jenseitige Belohnung des guten Menschen. Hier natürlich speziell des gerechten Staatsmanns. Und das gefiel im christlichen Mittelalter und diesen Teil hat man dann eben weiter tradiert. Also dieser Scipio Emilianus, der da im Zentrum steht, war ein gebildeter Mann. Unter anderem war der Stoiker Panaizios in seinem Bekanntenkreis. Der tritt im Dialog nicht auf, der wird nur erwähnt mit Bedauern, das er heute leider nicht kann. Aber auch die übrigen Teilnehmer des Dialogs sind philosophisch gebildete und politisch erfahrene Leute. Das sind unter anderem einige frühere oder auch spätere Konsulen. Das Gespräch wechselt einigermaßen gleichberechtigt zwischen ihnen ab. Viele verschiedene Sprecher tragen längere Passagen bei. Und das ist ganz anders als bei Platon. Sie haben keine dominierende Sokratesfigur, keine dämlichen Sophisten, keine bloßen Beipflichter. Alle Beiträge sind grundsätzlich ernst zu nehmen. Es geht um ein gemeinsames Erarbeiten der besten Staatsform. Und vor allen Dingen taucht ein alter Bekannter auf, nämlich das Sechser-Schema mit den drei guten und den drei schlechten Verfassungen. Und es gibt auch wieder Überlegungen zu einer optimalen Mischverfassung mit verschiedenen Komponenten. Das kennen wir schon von Platon und Aristoteles. Es gab aber zwischenzeitlich auch andere Vertreter davon, die womöglich direkter auf Cicero gewirkt haben. Insbesondere ist wichtig der griechische Geschichtsschreiber Polybios. Der gilt vielfach als der wichtigste antike Historiker nach Herodot und Thucydides. Insbesondere ist er der erste bedeutende Historiker des Römischen Reichs. Der lebte ebenfalls teilweise im Umfeld von Scipio Emilianus. Das ist eine zentrale intellektuelle Gestalt dort, neben diesem Stoiker Panaetios. Der ist ebenfalls nicht Teilnehmer im Dialog, er wird nur erwähnt, aber er liefert einen wesentlichen Ansatzpunkt für das Gespräch, beziehungsweise für Cicero. Denn dieser Polybios vertritt das bekannte Sechser-Schema der drei guten und der drei entarteten Staatsformen. Und dabei glaubt er an feste Übergänge von guter Verfassung zu zugehöriger Entartung. Schon Aristoteles hat ja gesagt, da gibt es so ein bevorzugtes Umklappen von Königtum zu Tyrannis und so weiter. Aber hier sind die Bezüge noch enger bei Polybios. Diese Übergänge sind nämlich unvermeidlich. Schon in der zweiten Generation nach einem guten Regiment kommt es notwendig zum Willkürregiment. Das ist fast ähnlich wie bei Platons in seiner idealen Verfallsreihe. Zumindest wurde die ja teilweise durch schlechte Nachfolgegeneration erklärt. Das Gute hier ist, nach der Entartung folgt ebenso notwendig eine Revolution zur nächsten guten Verfassung. Und das Resultat ist jetzt ein ewiger Kreislauf. Königtum, Tyrannis, Aristokratie, Oligarchie, gute Demokratie, schlechte Demokratie, Königtum wieder von vorne. Das war wahrscheinlich schon bei einigen Aristoteles-Schülern so. Deren Schriften sind allerdings verloren. Deshalb ist Polybios hier die Hauptquelle für diesen Gedanken eines Kreislaufs. Und der ist natürlich ein Problem, dieser Kreislauf. Man kriegt ja keine Stabilität. Man hat ständig Katastrophen am Hals. Immer wieder treten unabwendbar diese schlechten Staatsformen auf. Und auch die Übergänge zu den guten Staatsformen sind ja keineswegs angenehm, sondern meistens blutig. So, und jetzt kommt die Lösung für dieses Problem, ist eine Mischverfassung aus den drei guten Formen. Königtum, Aristokratie, Demokratie müssen eine Balance gebracht werden. Und wenn wir das schaffen, wenn die im Gleichgewicht sind, dann wird der ewige Kreislauf gestoppt. Denn dann halten erstens die Interessengruppen, die in den drei Staatsformen jeweils an die Macht drängen, einander in Schach. Also die Herrschergeschlechter, die Adeligen und das Volk halten sich in Schach. Und dann können zweitens die Verfallskräfte, die eine jede Staatsform zu ihrer Entartung drängen, durch die Anteile der jeweiligen anderen Staatsformen abgefedert werden. Und die sind ja auch in der Mischverfassung immer mit drin. Und das Tolle ist nach Polybios, diese Mischverfassung ist sogar längst Realität, nämlich in Rom. Das Konsulat verwirklicht das Königtum, der Senat, die Aristokratie, die Volksversammlung, die Demokratie. Die drei Hauptkomponenten der römischen Republik, Konsulat, Senat, Volksversammlung, werden also als anteilige Umsetzungen der drei Staatsformen interpretiert. Königtum, Aristokratie, Demokratie. Wie erwähnt, das passt nicht ganz genau, das passt nur der Tendenz nach, aber Polybios vertritt diese Zuordnung und seiner Ansicht nach ist Rom wegen dieser ausgewogenen Mischung der Staatsformen so erfolgreich, so stabil. Rom ist deshalb zur Weltmacht aufgestiegen, weil es mit seiner Mischverfassung den ewigen Kreislauf der Reihenverfassungen durchbrochen hat. Es ist eine erstaunliche Rom-Begeisterung für einen Griechen. Insbesondere der ist als Geisel nach Rom gekommen, nach dem Sieg der Römer über Makedonien. Aber er hat sich dort gut eingelebt und er war sehr geachtet. Und das kennt Cicero und was macht der? Ja, Cicero zitiert auch dieses Sechserschema der drei guten und der drei entarteten Staatsformen. Aber bei ihm bilden die keinen notwendigen Kreislauf, wie bei Polybios. Cicero sagt, jede Einzelform kann Bestand haben und auch jede kann zerfallen. Das hängt von den Machthabern und den Umständen ab. Es gibt keinen natürlichen Untergang eines Staates. Putsche, Umstürze, Revolutionen passieren aufgrund kontingenter Gegebenheiten, nicht aufgrund notwendiger Degenerationen. Insbesondere gibt es keine strenge Abfolge der Staatsformen. Je nach Politikern und Volk kann grundsätzlich alles aus allem entstehen. Wo einer oder wenige oder viele an der Macht sind und ungerecht werden, entsteht die entsprechende schlechte Staatsform. Wo einer, wenige oder viele der Gerechtigkeit folgen und mächtig werden, entsteht eine der guten Staatsformen. Ja, manche Übergänge sind dabei häufiger als andere, aber grundsätzlich kann alles passieren. Allerdings, keine dieser Verfassungen ist das Optimum. Keine von ihnen ist wirklich die Beste. Zwar, wenn wir nur diese Reihenformen betrachten, von denen ist wieder das Königtum am besten. Und danach kommt die Aristokratie und dann die Demokratie und dann die drei Schlechten, wie üblich. Aber Cicero sagt, alle diese Reihenformen sind unzureichend, auch das Königtum. Die haben zwar jede ihre Vorzüge, aber auch jede auch ihre Defizite. Das Optimum ist vielmehr die Mischverfassung aus den drei guten Formen. Erst ein Gleichgewicht der drei Komponenten Königtum, Aristokratie, Demokratie ist wirklich adäquat. Denn alle drei Konzepte haben ihre Berechtigung. Die Demokratie hat darin Recht, dass grundsätzlich alle Bürger einen gleichen Anspruch auf Beteiligung an der politischen Macht haben. Die Freiheit der Bürger fordert, dass das Volk an der Macht teilhat und konsequent umgesetzt ist diese Freiheit nur, wenn diese Teilhabe auch bei allen Bürgern gleich ist. Cicero setzt res publica gleich mit res populi, Sache des Volkes. Und das stimmt sogar mal etymologisch ausnahmsweise. Häufig stimmen solche etymologischen Spekulationen antiker Autoren nicht, aber das stimmt mal. Res publica hat wirklich was mit res populi zu tun. Aber die Aristokratie hat auch in einer Sache Recht. Sie hat darin Recht, dass den tugendhaften Menschen im Staat ein höherer Anteil an der Herrschaft zusteht. Eine Gruppe Tugendhafte hat mehr Einsicht als die Menge, aber auch als ein Einzelner. Und daher sollte sie eigentlich herrschen. Es gibt einen Gradus Dignitatis, einen Grad der Würde, und dem muss die Honos, die Ehre, im Staat gemäß sein. Das Königtum hat aber auch in einer Sache Recht. Das Königtum hat darin Recht, dass das konkrete Regierungshandeln am besten vom einheitlichen Willen eines hervorragenden Mannes ausgeht. Für eine konsistente Steuerung des Staates, für größtmögliche Einigkeit im Staat, ist ein guter König am geeignetsten, dem alle in Liebe zugetan sind. Dem Staat sollte der Optimus der Beste vorstehen, der mit seinem Volk in Caritas, in Liebe verbunden ist. Das heißt, alle drei Reihenformen haben teilweise Recht. Sie machen ein richtiges Prinzip geltend. Die Demokratie, die Freiheit, die Libertas. Die Aristokratie, die Einsicht, Konsilium. Und das Königtum, die Liebe, die Caritas. Und deshalb ist die Mischverfassung die einzig richtige Staatsform, denn sie, nur sie hat alles drei. Und diese Mischverfassung ist in der Tat in Rom verwirklicht, wie schon Polybius gesagt hat. Nach Zizur hat sich Rom ihr schon zur Königszeit ein bisschen angenähert, aber erst in der Republik ist sie verwirklicht worden, haben wir wirklich ein Gleichgewicht der drei Komponenten. Die Volksversammlung garantiert Freiheit und Teilhabe, der Senat garantiert Tugendhaftigkeit und Umsicht und das Konsulat garantiert Bündelung der Entscheidungskraft. Und da merken Sie eine leichte Nuancierung. Die Mischverfassung ist nicht primär erfolgreich wie bei Polybius, weil sie den ewigen Kreislauf der Staatsformen durchbricht. An den glaubt Zizur ja sowieso nicht. Die Mischverfassung ist vielmehr vor allen Dingen gerecht, weil sie alle berechtigten Ansprüche auf Herrschaft umsetzt, was die Reihenverfassungen nicht tun. Das heißt, die Mischverfassung ist nicht so sehr die reale Lösung für das Stabilitätsproblem, das die eigentlich idealen Staatsformen haben. Die Mischverfassung ist vielmehr selbst das ideale Optimum. Das ist die gerechtigste Staatsform, die man sich überhaupt denken kann. So, und jetzt lohnt es sich mal, einen Vergleich zu ziehen aller Autoren, die wir bisher hatten, der vier Großen. Wie war das nochmal bei Platon? Bei Platon wären unter idealen Bedingungen die Philosophenkönige am besten. Also eine philosophische Herrschaft mit vollkommener Ideeneinsicht. Das wäre das Optimum, ist aber ein idealistisches Ziel, die jetzigen Menschen würden den klugen Philosophen gar nicht folgen. Deshalb ist unter den gegebenen realen Umständen das Königtum aus dem Sechserschema am besten. Das heißt bei Platon jetzt reale Könige, nicht Philosophenkönige, reale Könige, die aber an Gesetze gebunden sind. Das ist ein realistisches Maximalziel. Beziehungsweise, das schiebt er dann noch so nach, diese Mischung aus Demokratie und Monarchie. In den Nommoi hat er dann plötzlich gesagt, das sei das Beste. Gut. Bei Aristoteles wäre unter idealen Bedingungen das Königtum aus dem Sechserschema am besten. Das ist bei ihm ein bisschen was anderes. Das sind bei ihm reale Könige, die zum allgemeinen Wohl regieren. Nicht einfach nur nach Gesetzen, sondern zum allgemeinen Wohl regieren. Das wäre das Optimum, aber das ist jetzt bei Aristoteles eine idealistische Vorstellung. Solche gemeinwohlorientierten Könige gibt es leider kaum. Unter den gegebenen realen Umständen ist deshalb die Politik am besten. Also diese Zensusdemokratie, diese Mittelstandsherrschaft. Das ist jetzt die realistische Maximalvorstellung. Beziehungsweise, so irgendwie nachgeschoben, diese Mischung aus Demokratie und Oligarchie. Und darüber konnte man dann grübeln, ob das jetzt eine nachgeschobene Variante ist oder irgendwie eine konkretisierte Variante der Politik. Bei Polybios wäre unter idealen Bedingungen ebenfalls das Königtum aus dem Sechserschema am besten. Ähnlich wie bei Aristoteles. Das wäre wieder das Optimum, ist aber wieder leider ein idealistischer Entwurf, jetzt wegen der fehlenden Stabilität. Das kann gelegentlich mal gelingen, aber das hält sich nicht. Unter den gegebenen realen Umständen ist deshalb eine Mischung aus Königtum, Aristokratie und Demokratie am besten. Wie in der Römischen Republik, das ist ein realistischer Maximalentwurf. Die würde den Kreislauf beenden und das Tolle ist, die gibt es ja sogar schon. Und bei Cicero? Naja, bei Cicero ist unter idealen Bedingungen diese Mischung aus Königtum, Aristokratie und Demokratie am besten. Das ist besser als Philosophenkönige, besser als normales Königtum, weil nur hier ein gerechter Ausgleich stattfindet. Das ist das idealistische Optimum. Das ist besser als alles andere. Das ist wirklich gerecht. Auch der ideale König wäre nicht gerecht. Und unter den gegebenen realen Umständen ist sie ebenfalls am besten. Das ist jetzt ähnlich wie bei Polybios. Es geht um die Römische Republik. Das ist ein realistisches Ziel und das gibt es ja. Interessant im Vergleich zu den anderen Entwürfen ist das jetzt schon. Hier ist jetzt erstmals die ideal gerechteste Verfassung auch die real bestmögliche Verfassung. Erstmals ist die ideale philosophische Konzeption auch ein realistisches politisches Ziel. Und damit haben wir die wichtigsten Staatsphilosophien der Antike in eine bestimmte Ordnung gebracht. Und die Verschiebungen sind sehr interessant. Zunächst mal meine Verschiebung des Ideals. Bei Platon ist das Ideal dieser utopische Entwurf der Philosophenkönige. Bei Aristoteles das perfekte Wunschbild eines gerechten Königs. Bei Polybios ebenfalls dieser theoretische Gedanke eines gerechten Königs. Bei Cicero ist es die faire Mischung berechtigter Ansprüche. Und wir haben eine Verschiebung des Realziels. Bei angesichts der noch unzureichenden Menschheitsentwicklung. Bei Aristoteles sowas wie ein pragmatischer Ausgleich angesichts fehlbarer Herrscher. Bei Polybios eine geschickte Blockade des ewigen Kreislaufs. Bei Cicero endlich ist es das gewonnene Ideal ohne jegliche Abstriche. Und das ist keine untypische Konstellation. Der einzige Römer hier in der Reihe ist der größte Optimist. Nur für Cicero ist das Ideal auch Realziel. Ja, und dieses politische Ideal hat eben in Rom seine Realisierung gefunden. Die Realität in Rom ist nicht so sehr Resultat eines Kompromisses, weil das Ideal eines guten Königs nicht zu haben ist, sondern das ist Ergebnis eines Fortschritts, in dem das Ideal der gemischten Verfassung endlich erreicht wurde. Anders als Platon oder Aristoteles glaubt Cicero an die Verwirklichung des besten Staates, den er sich ausmalen kann. Und anders als Polybios sieht er in Rom nicht primär den Ausweg aus dem ewigen Kreislauf der reinen Staatsformen, sondern vor allen Dingen überhaupt erst die gerechte Einrichtung gegenüber diesen reinen Staatsverfassungen, die alle nicht gerecht sind. Das heißt, bei Platon ist die Welt einfach noch nicht reif für die idealen Philosophenkönige. Das sagt er selbst ausdrücklich, das wäre im Moment eine zu große Zumutung. Aber vielleicht kann das irgendwann mal klappen, bei entsprechendem Fortschritt der Menschheit. Bei Aristoteles dürfte das ideale Königtum kaum jemals erreichbar sein. Es gibt fast nie dem allgemein wohl dienende Herrscher. Und nur mit ihnen wäre das Königtum die beste Staatsform. Sonst ist die Politik besser. Bei Polybios ist dieses ideale Königtum zwar durchaus erreichbar, aber notwendig vergänglich. Es muss zwar tonusmäßig immer wieder auch ein guter König ins Amt gelangen, aber ebenso unvermeidlich wird sein Nachfolger ein böser Tyrann sein. Bei Cicero hingegen hat sich das Ideal in der Geschichte verwirklicht. Die Römische Republik ist die gerechte Staatsform. Das heißt nicht, dass das so bleiben muss. Die Gerechtigkeit kann auch wieder verloren gehen. Die Republik kann untergehen. Und Cicero selbst sieht sie in seiner Zeit sogar hochgradig bedroht. Er lässt analoge Befürchtungen seinen historischen Gesprächsteilnehmer äußern. Aber es gibt für Cicero nicht nur die Macht des Niedergangs, nicht nur Herrschaft, Sucht und Ungerechtigkeit, die zu Verfall oder sogar Kreisläufen führen könnten, sondern bei ihm gibt es auch die Macht der Vernunft, die Moralität der Machthaber, das Streben nach Gerechtigkeit, die die Republik seinerzeit ermöglicht haben und die die Republik jetzt bitte schön bewahren müssen. Und das ist der typische Doppelklang bei Cicero. Er singt ein Loblied, aber kein Triumphlied. Sein Enthusiasmus für die Republik ist mit Sorge gemischt. Seine Begeisterung für Rom ist mit Mahnung angereichert. Er zeigt hohe Wertschätzung des republikanischen Rom. Er zeigt starkes Selbstbewusstsein eines typischen Römers, aber er hat Angst um das, was erreicht wurde. Und er spricht Warnungen aus vor dem, was da kommen mag. Und das entspricht seiner Erfahrung und seinem Wirken. Er hat einen Optimismus des Gewonnenen, aber auch einen gewissen Pessimismus des Kommenden. Wir finden eine bedingungslose Bejahung der Alten Republik, aber nahezu eine Untergangsstimmung angesichts des, ja in der Tat, bei ihm aufziehenden Kaiserreichs. Er neigt sicherlich dann gelegentlich auch zu gewissen Verklärungen Roms. Er unterschätzt natürlich die aggressive Eroberungspolitik. Er hat schon die Tendenz zu sagen, das war zum Besten der eroberten Völker. Und er unterschätzt auch die sozialen Konflikte in der Innenpolitik Roms. Also bei sowas wie den Bürgerkriegen mit Tiberius Gracchus sieht er keine berechtigten Ansprüche, sondern eigentlich nur Aufrührer. Und da ist er ein bisschen blind. Man muss allerdings ihm selber zugutehalten, als Politiker war er selber sehr redlich. Er war auch ein sehr redlicher Stadthalter, er war niemand, der sich selbst bereichert hat. Und er ist auch kein Vertreter römischer Selbstgefälligkeit. Es kommt immer im Tonfall daher, wenn wir jetzt schlechter werden, wenn wir zum Beispiel die unterwürfenen Völker schlecht behandeln, dann werden wir sie verlieren, dann werden wir untergehen. Werfen wir jetzt noch einen kurzen Blick auf Delegibus. Das enthält keine großen Überraschungen mehr. Bei Platon ist es so, da stellen die Nommoi gegenüber der Politeia ja wirklich einen unabhängigen Neuansatz dar. Da kommt nach der idealen Theorie jetzt die reale Theorie. Schon deshalb haben die Nommoi bei Platon einen ganz anderen Charakter. Die sind viel pragmatischer, viel gemäßigter. Außerdem liegt bei Platon ein großer zeitlicher Abstand zwischen beiden Schriften. Auch deshalb mag es hier gewisse Verschiebungen gegeben haben. Bei Cicero haben wir keinen solchen Unterschied. De Repubblica stellt die ideale Theorie eines gerechten Staates vor, der aber ja seine reale Umsetzung in der römischen Republik gefunden hat. Und Delegibus ist nun die Ausformulierung der Gesetze, die in dieser zugleich idealen und realen Republik gelten sollten. Deshalb haben wir keine inhaltlichen Abweichungen mehr, nur konkrete Ausformulierungen. Zudem sind beide Schriften zeitlich benachbart entstanden. Eventuell hat er sie sogar parallel geschrieben. Delegibus liefert also die gesetzliche Konkretisierung dieser gerechten Mischung aus Königtum, Aristokratie und Demokratie, die in De Repubblica skizziert und mit Roms Institutionen, Konsulat, Senat, Volksversammlung identifiziert worden ist. So jedenfalls ist die Schrift angelegt. Wie gesagt, er hat sie nicht vollendet. Die vorhandenen Teile sind allerdings besser überliefert als die Repubblica. Da sind weniger Lücken drin. So wie aber schon Ciceros idealer Staat im realen Rom verwirklicht ist, so weichen auch seine Gesetzesvorschläge kaum von den bestehenden Einrichtungen Roms ab. Das sind weitgehend getreue Abbildungen der römischen Republik. Es sind bestenfalls explizite Festschreibungen von dort lediglich impliziten Üblichkeiten. Aber letztlich, was wir dem Inhalt nach darin finden, ist weitgehend die römische Gesetzesrealität. Dieser Dialog spielt jetzt zu Ciceros Lebzeiten. Teilnehmer sind er selbst, sein jüngerer Bruder Quintus und noch ein Freund Atticus. Die Parallele zu Platons Nommoi ist offensichtlich. Auch dort drei Teilnehmer, darunter der Athener, Platons alter Ego. Hier jetzt Markus, das heißt Cicero. Und Cicero zieht den Vergleich zu Platons Schrift auch ausdrücklich selbst. Er schreibt praktisch, das ist jetzt wie in den Nommoi von Platon. Der Dialog enthält zunächst ein paar allgemeinere Überlegungen zum Menschen, zu Vernunft, zu Recht und Gerechtigkeit. Aber dann folgen konkrete Gesetze. Vor allem in zwei Blöcken. Erstens Religionswesen, Gottesdienst, Bestattungswesen. Da gibt es auch Exkurse zu Sport und Musik. Zweitens Beamtenwesen. Also eine Auflistung der Beamtentypen, ihrer Vollmachten. Da gibt es auch Exkurse ins Strafwesen und ins Münzwesen. Wie erwähnt, kaum neue Gedanken, kaum Vorschläge, die nicht in Rom verwirklicht gewesen wären. Typisch römische Perspektive, Bewahren des Bewährten, keine revolutionären Gedanken. Anders als bei griechischen Entwürfen. Da sind die Nommoi immer noch völlig anders. Wahrscheinlich hätte Cicero die Schrift weiter ausgebaut. Möglicherweise hatte sie deshalb nicht vollendet, weil das Ende der Republik aufzog und die Beschreibung dieses Status Quo schlichtweg gar keinen Sinn mehr hatte. Bei Cicero werden also einige typisch römische Auffassungen deutlich, die sich von typisch griechischen Positionen deutlich unterscheiden. Das möchte ich jetzt noch einmal zusammenfassen, um das Bild abzurunden. Zunächst mal die Geschichtsvorstellung. Die Griechen neigen zu zyklischen Geschichtsvorstellungen. Die haben so was wie Kreisläufe in diesem sechster Schema. Wie bei Polybius. Aber auch bei anderen späteren Griechen. Das ist schon bei Aristoteles angelegt. Da gibt es immerhin das Umklappen der Guten in die schlechten Staatsformen. Das ist auch bei Platon erkennbar in dieser Verfallsreihe der Politeia. Generell glauben die Griechen an den ständigen Wechsel. Sogar an die ewige Wiederkehr. In den Nommoi schreibt Platon ausdrücklich, es gab wahrscheinlich schon tausende Staaten, vielleicht unendlich viele. Christen haben demgegenüber später eine lineare Geschichtsvorstellung. Da läuft alles auf ein definitives Ende im jüngsten Gericht zu. Römer haben potenziell eine statische Geschichtsvorstellung. Die glauben weder an endlose Zyklen, noch an ein definitives Ende. Römer glauben an die Möglichkeit einer stabilen und bleibenden Staats- und Weltordnung. Und das ist interessant, das sind drei wesentliche Paradigmen in der Geschichtssicht bis heute. Woran glauben Sie? Ewiger Wechsel, ewige Wiederkehr. Das finden Sie bei den Griechen, auch bei Nietzsche. Glauben Sie an den linearen Ablauf, an ein definitives Geschichtsziel? Das war bei den Christen so, später auch bei den deutschen Idealisten. Oder haben Sie eine statische Vorstellung? Glauben Sie, dass ein Gleichgewicht erreicht werden kann? Das glauben die Römer, das glauben heutzutage manche Optimisten. Natürlich fühlen die Römer zeitweilig Bedrohung, natürlich haben auch Römer zuweilen Angst, aber sie haben die Grundüberzeugung, dass das Reich stabil sein kann. Und auch Cicero glaubt grundsätzlich, dass die Republik überdauern kann. Jedenfalls, wenn sie gut regiert wird, beziehungsweise bleibt. Der Staat kann untergehen, das ist eine riesige Katastrophe, aber er kann auch bewahrt werden und das muss das Ziel sein. Hierzu ein kurzes Zitat aus der Republika. Da sagt einer der Gesprächsteilnehmer, es muss nämlich ein Staat so eingerichtet sein, dass er ewig ist. Deshalb gibt es keinen natürlichen Untergang eines Gemeinwesens wie den eines Menschen. Also ein Gemeinwesen muss nicht sterben wie ein Mensch. Das hätte kein Grieche geglaubt. Für einen Griechen wäre das naiv gewesen und das glaubt später auch kein Christ. Für einen Christen ist das natürlich Blasphemie, wenn man glaubt, dass ein irdisches Reich ewig wären könnte. 2. Die Staatsauffassung. Na, die Griechen bevorzugen den Kleinstaat. Bei Platon und Aristoteles ist die Polis die perfekte politische Form. Hat viele Vorteile, es ist überschaubar, man ist vertraut miteinander, man ist befreundet miteinander, die haben die Gedanken der Freundschaft in ihren Staaten. Das heißt insbesondere für Griechen ist auch kein dauerndes Wachstum anzustreben. Die Bevölkerung sollte irgendwann statisch sein. Wachstum ist Gefahr, weil sie Wechsel verursacht. Irgendwann ist eine Sättigung erreicht und dann kommt die Aufschwemmung, dann droht der Verfall und dann kommt der Kreislauf. Christen wollen später einen religiösen Gottesstaat. Die wollen einen im Glauben geeintes Reich. Römer glauben an das römische Imperium. Die wollen keinen Kleinstaat und die wollen auch keinen Gottesstaat. Die wollen eine diesseitige Ordnung mit funktioneller Administration, mit schlagkräftigem Militär, mit hierauf gegründeter Größe. Der weithin anerkannte Grund für die Überlegenheit Roms ist, Rom gründet sich nicht auf einen einzelnen Gesetzgeber. Die Römer haben keinen Solon, keinen Lykurgos und auch keinen Platon. Rom sieht sich als Werk vieler Generation. Das ist schon eine berühmte Einschätzung von Cato. Wir haben keine heiligen Gesetzeswerke durch einen mythischen Stifter. Wir haben keinen theoretischen Entwurf auf dem philosophischen Reißbrett gemacht, sondern was wir haben ist das anonyme Mos Majorum, die gewachsene Sitte der Väter und eine sukzessive Optimierung durch historische Erfahrung. Das ist typisch römischer Pragmatismus, bei allem Interesse für griechische Gedankenwelt. Das Ideal des Staates hat sich mit Rom in der Geschichte verwirklicht und das konnte nur geschehen durch das Werk von Generationen, nicht durch einmalige Stiftung, nicht durch abstrakten Entwurf. Und auch Cicero glaubt an diese Kraft der allmählichen Schaffung über Generationen, an diese Autorität der hergebrachten Tradition. Eben deshalb will er keinen radikalen Neuentwurf vorlegen, keine revolutionäre Philosophie. Was er allenfalls macht, ist ein bisschen griechische Theorie auf die römische Praxis anwenden. Cicero ist allerdings in großer Sorge um dieses Erbe. Er schlägt den Ton der Mahnung, teilweise fast schon der Klage an, weil die ererbte Sitte von den Machthabern verlassen wird, weil die gerechten Strukturen der Republik derzeit unterzugehen drohen. Und auch hierzu ein kleines Zitat aus die Republika. Da spricht einer der Gesprächsteilnehmer über Tiberius Gracchus, diesen Volkstribun mit der Reform, der die Bürgerkriege eingeleitet hat. Und er sagt, der hat die Rechte und Verträge der Bundesgenossen und der Latiner verletzt, also der umliegenden Völker. Wenn diese Gewohnheit und Willkür sich weiter zu verbreiten beginnt und unsere Herrschaft vom Recht zur Gewalt führt, so dass die, die jetzt uns noch freiwillig gehorchen, durch Terror gebändigt werden, so bin ich um unsere Nachkommen und jene Unsterblichkeit des Gemeinwesens sind Unruhe, das ewig sein könnte, wenn man nach den ererbten Einrichtungen und Sitten leben würde. Der Sprecher wählt hier als negatives Beispiel den Tiberius Gracchus und der damalige Leser wusste, dass die Sorge des Sprechers berechtigt war. Erstens, Scipio kommt kurz darauf um, wie in seinem Traumprophezeit, möglicherweise ermordet durch Anhänger der Grachen, so jedenfalls behauptet das Cicero in dieser Traumsequenz. Und zweitens, was danach kommt, sind Marius und Sulla. Das wurde also nicht gut. Das heißt, der damalige Leser wusste natürlich, die haben recht mit dieser Mahnung. Das ist ganz schief gegangen danach. Und über diesen rhetorischen Kunstgriff verleiht Cicero seiner eigenen aktuellen Sorge um seine Zeit, 80 Jahre später, großen Nachdruck. Und das Witzige ist, wir heutigen Leser wissen, dass diese Sorge wiederum berechtigt war. Denn kurz darauf, nachdem er das geschrieben hat, kommen Marc Anton und Octavian. Und Cicero wird ermordet. Und die Republik geht endgültig zugrunde. Das kann einen schon ein bisschen betroffen stimmen, wenn man das liest. Schließlich kann man Cicero noch einmal konkret vergleichen mit den beiden griechischen philosophischen Schulen, die ihn am meisten beeinflusst haben. Der Skepsis und der Estuar. Und das liefert abschließend nochmal ein weites Charakteristikum seiner Philosophie. Wie ist sein Verhältnis zur Skepsis? Nun, er mag ihre Offenheit, ihre Behutsamkeit, ihre Zurückhaltung in theoretischen Fragen. Aber er lehnt ihren Relativismus in praktischen Fragen ab. Cicero glaubt an kulturübergreifende Werte, die zu allen Zeiten und an allen Orten gelten. Insbesondere glaubt er an objektive Gerechtigkeit, an objektives Recht. Wie ist sein Verhältnis zur Stoar? Nun, er mag ihren Glauben an eine natürliche Ordnung, er mag auch das stoische Charakterideal, aber er ist gegen den Gedanken eines notwendigen Schicksals. Bei den Stoikern gibt die natürliche Ordnung einen unvermeidlichen Weltverlauf vor. Der Mensch kann sich in dieses unvermeidliche Schicksal letztlich nur schicken. Er kann seine natürliche Bestimmung lediglich annehmen, aber er kann nichts wirklich dafür oder dagegen ausrichten. Bei Cicero hingegen ist die Entscheidung des Menschen sehr viel bedeutsamer. Insbesondere ist es die Aufgabe des Staatsmanns, die Republik zu verteidigen, das objektive Recht zu verwirklichen. Naja, und das ist ganz witzig, denn das beides zusammengenommen, objektives Recht und natürliche Ordnung, liefert den Gedanken eines Naturrechts. Es gibt ein objektives Recht, anders als die Skeptiker meinen. Cicero nennt auch Beispiele. Grausamkeit ist objektiv ungerecht. Dankbarkeit ist objektiv gerecht. Und dieses objektive Recht gründet gerade in der natürlichen Ordnung, von der die Stoiker reden. Nur muss man sich nicht einfach nur in dieser Ordnung ergeben, sondern man muss sie aktiv in seinen Entscheidungen verwirklichen. Und das zusammenliefert eben den Gedanken eines Naturrechts. Gerechtigkeit erscheint dann nicht als bloßer pragmatischer Ausgleich divergenter Interessen, wie in der Skepsis. Sie ist auch nicht eine bloß nachträgliche Einreihung in ein ohnehin bestehendes Gefüge, wie in der Stoar, sondern sie meint die freie willentliche Ausrichtung auf eine höhere gemeinsame Naturordnung. Doch hierzu ein kleines Zitat aus Liri Publica. Es ist aber das wahre Gesetz, die richtige Vernunft, die mit der Natur in Einklang steht, sich in alle ergießt, in sich konsequent ewig ist. Diesem Gesetz etwas von seiner Gültigkeit zu nehmen ist Frevel. Ihm irgendetwas abzudingen unmöglich. Und es kann ebenso wenig als Ganzes außer Kraft gesetzt werden. Wir können aber auch nicht durch den Senat oder das Volk von diesem Gesetz gelöst werden. Noch wird in Rom ein anderes Gesetz sein, ein anderes in Athen. Ein anderes jetzt, ein anderes später. Sondern alle Völker und zu aller Zeit wird ein einziges, ewiges, unveränderliches Gesetz beherrschen. Das ist der Gedanke eines Naturrechts. Speziell mit stoischer Färbung. Meist meint man mit Naturrecht nur ein Recht, das nicht auf menschlicher Willkür beruht, nicht auf menschlicher Setzung, menschlichen Kompromissen. In dem Sinne ist jedes objektive Recht ein Naturrecht. Hier ist aber genauer ein Recht gemeint, das in der Tat auf die Natur als maßgeblicher Sinnhorizont bezogen ist. Und Ciceros Naturrechtsgedanke ist ein wichtiger Anknüpfungspunkt für spätere Autoren. In der Neuzeit kehrt das Naturrechtsdenken zurück. Und Cicero gilt als dessen Ahnherr. Dort allerdings wird Naturrecht meist allein als Gegenbegriff zum skeptischen Willkürrecht begriffen. Diese Anbindung an die stoische Naturordnung geht dabei verloren. Aber trotzdem dieser Gedanke, wir haben da ein natürliches Recht, das unwandelbar ist, an das wir uns halten müssen, das wird später wieder auftauchen. Und Cicero ist einer der Stammväter davon. Nicht zuletzt deshalb auch als politischer Autor immer noch durchaus geschätzt. Vielen Dank und bis nächste Woche.